Dann darfst du halt nicht gleich am Anfang sterben. Ja. Dass du halt nicht da landen, wo alle landen. Ich verstehe auch nicht, warum ihr immer schneller da seid als ich. Immer nach unten, immer nach unten. Fallschirm öffnet sich automatisch übrigens. Ja schon, aber ich muss ja erstmal bis in die Richtung kommen. Ja. Jetzt kannst du doch heute noch Fallschirm sich geöffnet haben. Boah, wenn das halt so ein Federgewicht da. Wohin gehen wir denn? Keine Ahnung. Ja, wäre halt gut, wenn ihr das schon mal sagt. Komm, gehen wir da hinten in die Mailing. Wurde, mitten ins Gebüsch. Keine Ahnung. Okay, ich spring raus. Wir gehen wahrscheinlich jetzt alle hin. Dann wird's wenigstens spannend. Ja. Aber ich war da schonmal, das ist bei uns leider nicht viel, weil... Lohnt sich nicht unbedingt. Egal. Das ist das letzte Mal da raus, das war voll geil. Ist auch richtig die geile Scheiße. Hansi, hinter dir ist gleich einer. Komm, da ist einer, da ist einer. Holen wir uns den gleich. Einfach alle vier mit der Axt draufschlagen. Wo überhaupt? Über Hansi drüber. Ah ja. Ne, das ist doch Alex. Nein, hier. Nein, hier. Ah, der ist direkt unter mir. Der ist in der Mitte. Hier in der Mitte. Komm, gleich draufschlagen auf den. Äh, ich lande einfach auf dem. Wo ist der? Wo ist der? Hier in der Mitte. Da wo ich bin. Ich bette mich schon mit dem. Hat er halt ne Wache, das hat ein bisschen zu. Wo ist der? Wir haben ihn, wir haben ihn. Ich hab ihn nie, du bist zurecht wohlgebracht. Ich hab ihn in den Schrot vollgepumpt. Oh, ich hab ihn nicht mal gesehen. Aber ich hab ja noch 13 HP, also wenn ihr ein Dings findet. Einen Trank. Fängt an mich. Ich brauch erstmal ne Waffe hier. In Zukunft, in Zukunft gucken wir einfach immer, wo ein Einzelner rausspringt. Hier will jemand ne grüne. Ich brauch auf jeden Fall ne Waffe. Ja, ich dropp. Ich hab ne Lille-Lanne gefunden. Ich brauch die grüne nicht. Wow, ich hab ne epische Sprungfalle. Was? Ne epische Sprungfalle. Nice. Hier, hinter dir bin ich heil. Jetzt hab ich noch ne Pumpe gefunden, Sascha. Hier, wo hab ich das jetzt gedroppt? Wir müssen uns dann auch langsam wieder auf den Weg machen, gell. Du hast doch keine Leben. Ja, aber ich brauch, ja. Gut. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaub, bevor ich die hingeworfen hab. Wohin jetzt? Oh shit. Wir laufen in die falsche Richtung. Ja. Ich hab die auch gerade. Holen wir uns noch das Gebäude da hinten, was da ist. Ja, genau. Vielleicht ist ja für Marvin was dabei. Ja, so ein Prank. Ein Gummientchen. Bin ich ja noch 13 HP. Ihr habt mir da voll zugeguckt, wie ich mich mit dem klop. Nein, aber du warst eine Etage über mir. Du musst erst mal hochlaufen. Ja, ich war irgendwo. Ich bin bei der goldenen Truhe gelandet, um gleich ne Waffe zu bekommen. Warte mal Marvin, du hast noch gar keine Waffe, oder? Nee, ich hab gar nicht. Warte, ich leg deine hin. Der ist doch drehgleich. Hey, hey. Ich lauf nicht ganz vorne. Na ja, ich bin vor. Hat da oben jemand? Guck mal, ob wir uns durch Tomatotown durchkämpfen können. Tomatotown? Ich würde auch schon mal wieder in den Kreis kommen, wenn's geht. Nee, wir haben doch noch ewig Zeit. Ja, wir haben doch ewig Zeit. In 1.30 fängt zuerst mal ein kleiner zu. Ja, danach haben wir immer noch 2 Minuten, um dahin zu kommen. Stimmt. Hier noch ein bisschen Stein. Ja man, die Granate. Verbannt. Ich hab verbannt. Ich hab verbannt. Ja, bring ihn zu mir. Bist du. Hier, hinter dir. Hast du mal dahin geschmissen. Danke. Jawoll. War aber irgendwie ein kleiner Verband. Ich hab jetzt 28. Hab sie. Ja, es war auch nur. Es war auch nur, aber 5 mal eigentlich. Naja, das stimmt. Das kann ich ja nochmal setzen. Oh, da unten. Tomato. Da unten ist eine dicke Waffe. Mach mal noch Kevin. Oh, ich hab sogar kein Leben verloren. Oh, ich hab sogar kein Leben verloren. Da ist was Blaues drin, oder? Boah, da ist aber eine goldene Truhe. Marvin, brauchst du noch ein Sturmgewehr? Ja, ich brauch alles. Komm mal zu mir nach oben. Ja, hier bei mir liegt auch eins. Dann geh ich zur Anlegung nicht ganz hoch. Da liegt eins. Ich hab sogar Schall gedämmt. Nice. So, jetzt müssen wir... Hier oben liegt auch noch mal eins Marvin. Ich hab jetzt eins. Ja, das brauchst du für eh bestimmt mehrere Mal. Da hinten in der Ecke. Boah, ist nicht hier schon mal jemand gestorben? Ja. Echt? Ja, Marvin. Ach, da in der Ecke. Also selbst vorbegangen ist runter gehüpft. Ich hab jetzt 75 HP. Okay. Muss reichen. Endlich mal nicht tot nach 10 Sekunden. Das kannst du das Spiel mal richtig genießen. Boah, hier ist ein Schild dran. Ich hab schon. Marvin, komm mal her. Wo bist denn du? Hier. Dann muss ich ja wieder komplett zurücklaufen. Du musst eh die Richtung. Ja man, ich hab wieder ein Snipergewehr. Ja, genau. Go Marvin. Go for it. Wie kann ich Sachen ablegen? Warte mal kurz. Wie kann ich Sachen ablegen? Kann ich die jetzt schon nehmen? Wenn du was siehst, kannst du das einfach mit dem anderen tauschen. Ja, aber ich will sie ablegen. Ach so, wenn du auf I ins Inventage gehst und dann einfach rausziehst. Nimm erst den, Marvin. Dann hast du 75. Ja. Ja, ich denk an dich, damit du viele Daten bekommst. Ja. Danke. Okay. Aber jetzt müssen wir uns, glaub ich, echt mal auf dem Weg machen. Hier ist nochmal ein Sturmgewehr, wenn es jemand braucht. Ja, lass mich fahren. Ja, lass mich fahren. So, dann gehen wir mal weiter. Hier ist noch ne Pumpgun. Irgendwo hier ist ne Truhe. Ich hör die, aber ich find sie nicht. Hier ist noch ne Pistole. Pistole brauch ich nicht. Das ist ein Gegner, das ist ein Gegner, das ist ein Gegner. Wo? Hier oben bei mir. Wo bist denn du? Vielleicht da unten sind sie. Wo? Oben oder unten? Sie sind unten, ich bin oben. Ah, ich da unten. Ich hab sie auch gesehen, da hinten bei der Scheune, ne? Da hinten sie, oh, das sind ganz viele. Boah, Alter. Da geht's ja richtig ab. Da will ich jetzt erstmal mich nicht einmischen, wenn's geht. Guck mal, hier hat so, so was Blaues drin. Armbrust. Oh, sie ist gut. Will die eine von euch? Ja, ich würd's doch nicht. Oh, shit. Oh. Jetzt soll man rennen. Nein. Das war jetzt irgendwie doof. Alter. So viel Leben verloren. Oh, fuck. Wie weit müssen wir noch rennen? Ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Auch ein ganzes Stückchen. Ah, das sind ja jeder von uns. Ah, da hinten sind auch Gegner schon. Link? Ja. Ah, die rennen gerade alle. Die haben keine Zeit zum Schießen. Ach du Scheiße, ey, hab ich schon wieder Leben verloren. Ich hab nur noch 67. Nein. Oh, ich bin tot. Ah, fuck ja. Nein. Ich wollte dich nicht zu poolen. Ich geh aber um den Pool an den Ding. Ich geh aber um den Pool an den Ding. Ich geh aber um den Pool an den Ding. Ich geh aber um den Pool an den Ding. Kevin, wo bist du? Woo. Nein, ich bin tot. Fuck. An zwei. Alex schießt den doch ab. Ach Gott, der hat zwar lächerliche Armbrust. Was ist die da nicht mit? Der muss die da nicht, wirklich. Der muss nur auf die Nähe wahrscheinlich. Die Nähe. Die Armbrust ist schon geiler. auf mittlere Distanz aber wenn es zu weit weg ist, ist die echt kacke. Gar nicht. Ich muss auch ein bisschen nach oben ziehen, weil es geht wieder nach unten und liegt im Bogen. Das war jetzt gerade dämlich, dass wir so lange in dem Scheiß Ding waren. Ja. Echt so. Oh, was sind das Goldene da hinten? Ich glaube noch 30 HP, wo ich den einen runtergeschossen hab, aber dann kam halt dem sein Kumpel an mich geholt. Da sind wohl ganz viele gestorben, Alex. Oh, das ist ein Gegner, das ist ein Gegner. Naja, der baut dich da. Links von dir ist ja auch irgendwas. Der andere links hat dich gemeint. Also hab ich zumindest kurz was gehört, hab ich gemeint. Alter, da geht's voll ab. Oh Gott. Oh fuck, von wo? Von wo? Ah, an den Baumstern für den Spargo. Ah, Aua. Da haben wir schon wieder Zehnter immerhin. Ja, ja, ja. Verziehung deines Teams, 8, 8. Bei mir war es steht auch 8. Ja. Mir steht Zehnter. Ja gut, kämen wir noch schlechter als wir alle anderen. Verziehung deines Teams, Zehnter. Oh Mann, war das grad dämlich, dass wir so lange da geblieben sind. Er hat uns den Arsch gekostet, ja. Das hat uns massig Leben abgezogen. Ich bin von 100 auf irgendwas mit 40 runter. Ja, 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 ja. Seht auf einmal nur das Ding so hinter mir und dann so, fuck. Renn. Boom. Wollen diesmal? Hm. Wie das mit Lonely Lodge? Ja, oder wir fangen hier an dieser kleinen Kackstation da an. An der kleinen Kackstation? Wo nicht mal einen Namen hat. Ja, das bestimmt. Welche? Mal killen mal. Bis ganz am Ende. Da sind alle schon draußen. Ich glaub da haben wir gute Chancen. Das ist eine gute Idee. Ach, da hinten. Ja, ja. Gehen wir mal hin. Da kann man bis fast zum Ende durchziehen. Das Ding hat nicht meinen Namen. Also muss es gut sein. Hahaha. Ich glaub genau das macht es schlecht. Aber. Ahem. Oh, wer hat schon ne Waffe? Die hat halt keine Muni. Die hat der Typ leer geschossen. Da hat er sie gegeben. Mhm. Und jetzt geht's noch zum Ende drauf, oder? So. Ja. Ja, bis der eine ist nicht keiner mehr da. Bis der eine sind die ersten schon tot, bis wir da sind. Ja, mal gucken ob die 92. Okay. 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 Out. Ich glaub ich weiß warum Marvin immer so lange braucht. Wegen. Und drückst du auch immer schön W? Ja, ja. Natürlich. Bin wahrscheinlich erster. Ah ne, ihr seid noch nen Tick vor mir. So. Ja, Mann. Wer hat schon ne Waffe? Ach genau. Jetzt ist da schon wieder einer bei mir. Das ist doch lächerlich. Oh. Da wo ich bin ist ein... Ach komm. Kein Bock mehr. Wo bist du Marvin? Jetzt bin ich tot. Ich seh den halt leider nicht. Ah fuck. Ich hatte auch. Marvin robb dich zu mir. Wo bist denn du? Ah, da hinten. Alter, bis ich bei dir bin bin ich. Ich bin überblutet. Ich hoffe halt dass er kommt, dass ich ihn dann seh. Der Boot hat sich hier hoch gebaut. Oh fuck. Wiederbeleb dich Marvin. Nein. Oh, da kommen gleich nochmal welche. Ich kann. Ich hab halt keine Waffe. Deswegen trinkt mir halt auch gar nix, wenn du mich holst. Versuch mal Hajo zu wiederbeleben. Hajo komm mal hierher. Ich hab den Minikan. Oh fuck. Alter. Wie viel Schaden hab ich dem Typ eigentlich... Nicht! Oh, da hinten mischt der. Hier ist einer drin. Hier, bei mir. Ja man. Ach geil. Ei, der ist da. Ich hab ihn doch. Ich hab ihn doch. Ach so. Warte, da kommt noch einer. Oh fuck. Ich hab kein Gehör. Oh ey. Rauschen und so. Huuu. Hansi, der Mikro. Bei wem windet's denn da schon wieder? Ja, keine Ahnung, was weiß ich, was ich dagegen machen kann. Jetzt ist besser. Er hatte ne Minigun und hab ihn nicht ein einziges Mal getroffen. Ich bin gut. Ich hab ihn jetzt in dem Truck. Er geht mit ner Pumpe hin und macht Parts und alle weg. Leider keine Pumpe. Puh. Der Minigun. Oh, da ist einer. Großen. Ja, das sind mehrere, glaub ich, Kevin. Ja. Halt wieder so bitter, dass da wieder einer drin war. Ja. Deswegen immer genau da landen, wo die Waffen sind. Ja, ich bin da direkt vor der Tür gelandet. Deswegen hab ich die ganze Zeit geguckt. Ich hab von oben was sehen, aber... War nix. Da ist er. Der ist schon chill, pass auf. Der schaut gleich oben raus. Na, boah, alter. Ein Schuss. 54 nebenweg. Na klar, das waren zwei, oder? Der kommt. Der kommt. Nein. Oh, meine Waffe. Ja, genau. Das war meine, Kevin. Da kommt einer. Der kommt einer. Nein. Nein. Ich hab nur ein paar Stringen im Trank. Ja. Da ist die Tür direkt neben dir. Boah, wie der Minigand-Money ist und ich will den nicht wegschmeißen, weil dieser leer ist. Ach, ich hab ja noch zwei Minuten, oder? Kann ich mal noch gucken. Kevin, der Killer. Drei Leute geklappt. Alter. Buh. Buh. He. Aber wie schön. Ich hab extra um das Ding gelookt und dann zack, boom. Oh, nice. Das ist nur eine Granate. Schwul. Ja. Na, 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 na. Na, na, na. Ach. Nirgends wo ein Schiss, Medikid. Ja gut, aber da waren halt auch massig Leute. Ja Marvin, dann muss man sie einfach töten. Ja. Ja, das war voll unlucky. Der hat direkt reingekommen und tot. Ja, ist nice. Soll ich mal eine andere Taktik, ich warte jetzt einfach vor dem Haus, bis die rauskommen. Ohne Waffe. Wie jetzt versteckend. Oh, es läuft ja richtig. So, was muss ich jetzt machen? Sneak around oder? Überleben. So alleine. Ja, einfach abwarten, gucken, dass du überlebst und dann am Ende einen holen oder so. Ja. Mit der Minigun. Wir müssen da oben. Geil. Ich denke, dass eigentlich die Karte noch voll riesig ist, aber es halt nur noch 23 Leute hat. Ja, finde ich gut. Dann ist die Chance höher, dass ich niemanden entdecke. Ja, schlechtes Drang, wo wir sein können. 23 ist doch was. da war schon jemand das war schon 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 das war schon